Köpfe! Und keine Haut oder kein Fell. Pfui Teufel. Ich sollte mir... ...Satze geben. Bisschen. Ich bin mir drungen für die Fahrer. Ich bin drungen jeden Tag. Ölschranktür. Keine Ausdauer. Ah, irgendwann... Ich achte immer nie... Ich achte nie auf meine Ausdauer irgendwie. Ist das ein Scheißhaus oder was ist das? Right away. Okay, okay. Okay. Bin ich jetzt eigentlich da wo ich hin muss? Warte. Eine Sekunde bin ich wieder da. Eine Sekunde bin ich wieder da. So, wieder da. Ich habe jetzt meinen... ...meinen Skillpunkt auf Ausdauer. Da ich... ...Ausdauer wichtig finde. So, jetzt muss ich hier die Raiderplatte machen. Woher seid ihr hier? Meisterstadt. Musik ist betraulich. Das ist kein gutes Zeichen. Und ein Dreirad. Guck mal rein. Guck mal rein. Da ist nichts mehr. Wo kommt das her? Ich... Was? Sechs fliegt. Boah. Puh. Töpfkelle braucht kein Mensch. Holzblock. Ich und mein Holz. Ohnkorken, Patronen, Spielzeug außerirdischer braucht auch kein Mensch. Hops. Dann wollte ich uns eigentlich nicht mitnehmen aber... Ohnkorken, Patronen, Tafelmesser kann ich auch behalten. Hier muss doch vielleicht was drin sein, wenn hier so coole waren. Ein Sofa. Setzen wir uns hin. Die Maske sieht echt fertig aus. Na ja, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Rüstungswerkbank. Was haben wir hier? Känkukkänkukkän. Das wird sicher lustig. Wer schießt hier? Das wird dann verlassen. Wo ist der Hund? Was haben wir hier? Was ist der Hund? Ohnblick. Lass dich nicht sterben, Hundy. Wow Fuck Achtung! Du arm ist auch du. Komm her. Hey, wo bin ich hin? Der rennt Deck und flattert einfach rein. Was geht bei dir für den Film? Oh, ne achte Kugel, ich wollte keine Bildertkugel, ich depp. Ich dachte auch mal, lese ich Kugel und denke, das ist Munition. Klopfkelle, so eine Schopfkelle, Sturmfeuerzeug. Auf jeden Fall sind hier scheiße Figuren und ich brauche ne gescheite Waffe, man. Sechs Kugeln helfen mir nicht. Ist auch ein scheiß Gewehr, ich brauche doch aus dem Maschinengewehr lernen. Was hast du gefunden? Zeig mir. Das ist ein Feuer. Feuer heißt, ich sehe das Leben. Und kommt ein Patron. Mhm, 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 mhm. Das ist interessant. Schneidebrett brauche ich keins. Kurzmittel brauche ich auch keins. Auch Pfanne. Jetzt kann ich doch alles verwerten, glaube ich, oder? Dass ich meine Rüstung aufwerten kann. Oh, bist du. Da oben seid ihr Wichse. Da oben seid ihr Wichse. Bang, Headshot. Da oben seid ihr Wichse. Da rollt sein Kopf. Na klar, ich kann seine Kleidung klauen, indem ich seinen Kopf beklaue. Da oben seid ihr Wichse. Da oben sind alle. Da oben seid ihr ab. Da oben seid ihr, da oben seid ihr ab. Das ist ein ICH, das ist ja gut. Däum давайте, was ihr ab? Ja, da oben seid ihr ab? Da oben seid ihr ab. ICH K vintage sind alle. Ich steue dir ab. Nee. Du wichser da oben Oh man Kommt dort Der hat mich am Arsch gemacht Ich glaube So ein Müll Ein Wichser Was zum Teufel ist das? Ist das eine Kette drum? Ist das eine Waffe oder ist das ein? Okay nochmal Ich brauche eine andere Waffe Mal gucken was das ist Okay Damit kann man leben Der war noch die coole Ich brauche Ich brauche Ich brauche Okay die Pistole ist gut Ja Ha ha Jetzt gehts erst richtig los Juuu Juuu Na, ich nutze mal den Tod als Speicherpunkt und Beendigung meines heutigen Streams mit Fallout 4. Vielen Dank vom Anschauen. Einmal speichern. Vielen Dank vom Anschauen und bis dann, euer TheGTA94.